Um den Alpha Vibe zu aktivieren klicke ich mit der rechten Maustaste auf das Bild und wähle Effekte aktivieren anzeigen. Jetzt klicke ich im Eigenschaftsfenster auf das Plus bei Effekt 1 und wähle den Alpha Vibe aus. Bei Position Basis sehe ich, dass die Einblendzeit eingestellt ist. Das Bild wird also mit einem Alpha Vibe einer Wischblende eingeblendet. Zusätzlich wird das Bild mit einer Einblendkurve eingeblendet. Dieses Kurvenband kann ich nach oben ziehen. Die Geschwindigkeit ist von der Dauer der Einblendzeit abhängig. Wenn ich diesen Knotenpunkt nach links schiebe, wird die Einblendung schneller. Zusätzlich kann ich die Breite des Verlaufs einstellen. Ich mache einen Doppelklick und erhalte den Schieberegler. Von einer harten bis zu einer sehr verlaufenden Einstellung ist möglich. Zusätzlich kann ich auch noch die Richtung einstellen. Wieder mache ich einen Doppelklick und stelle zum Beispiel auf 90 Grad. Jetzt ist die Einblendung von unten nach oben. Bei 180 Grad von rechts nach links und so weiter. Wenn ich das Bild mit einem Alpha Vibe ausblenden möchte, klicke ich jetzt auf das Plus für Effekt 2, wähle wieder den Alpha Vibe aus, schiebe das Kurvenband nach oben und stelle jetzt bei Position Basis auf Ausblendzeit. Zu guter Letzt muss ich noch bei Inverse von False auf True stellen. Ich mache einen Doppelklick und stelle auf True. Jetzt wird das Bild mit einem Alpha Vibe eingeblendet und mit einem Alpha Vibe ausgeblendet. Und dann dyst muss ich weiter. Untertitelung des ZDF, 2020